Ich fliege heute das erste Mal mit dem A380 und dann auch mit Emirates. Ich freue mich total, ich hoffe es geht ziemlich schnell und wir sitzen ganz vorne hier, ganz vorne sitzen wir und wir haben gerade einen Pilot noch gesehen, der war gerade offen, bis dann, tschüss. Wir landen ja jetzt in Frankfurt. Vom Start her haben wir ganz gemerkt, ich bin mal gespannt wie die Landung jetzt ist, ob die leicht und schön geht. Hallo ich bin der Hubert und immer schön unten auf Gefälltbild drücken, dass ihr auch die weiteren Filme seht. Ich habe nämlich jede Menge und kann euch viele Reisetipps geben. Bis dann und jetzt kriegt ihr die Landung vom A380 mit der Emirates noch mit. Das hat fast nichts gemerkt. Einwandfrei. Wahnsinn. Wie geplant. 12 vor 9. 12 vor 9. 12 vor 9 ist aber auch ein bisschen. Wie geplant. 12 vor 9. A1. Tschüss. Knottext. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.